An einem schönen sonnigen Tag kam ich auf der Insel an. Die Bevölkerung der Insel starb langsam aus. Mein Onkel ist gestorben. Ich weiß, aber seine Beerdigung ist erst morgen. Ja, aber er fängt an zu stinken. Ich kann ihn nicht mehr länger im Haus behalten. Seit meiner Ankunft hatte ich 22 Sterbeurkunden ausgestellt und keine Geburtsurkunde. Und ich konnte nichts dagegen tun. Bis zu dieser denkwürdigen Beichte. Meine Frau Martha sagt, dass ich Menschen umbringe. Mit diesem Gummi. Ich arbeite im Kiosk und muss die Dinger verkaufen. Ich glaube, hier schläft schon keiner mehr mit seiner Frau ohne so ein Ding. Die da riechen nach Erdbeeren. Sind gut zum Blasen. Die sind für ein Riesenpin... Penis. Man braucht nur mit einer dünnen Nadel ein kleines Loch einzustechen. Und dann, so Gott will, wird ein Kind gezeugt. Es ist toll zu glauben, wie schnell du sie verkaufst. An feiern Tagen, entschuldigen Sie, den Ausdruck wird eben mehr gefickt. Und das auch noch vor der Ehe. Was für ein heißes Gerät. Entweder gehört das einem Oligarchen oder der Mafia. Hm? Dem Bischof. Diese Idee mit der Durchlöcherung. Vielleicht sollte man das im ganzen Land anwenden. Die Nachricht über diesen Babyboom hat sich weit über unsere Grenzen hinaus verbreitet. Viele Paare reisen jetzt zu dieser wunderschönen Insel. Es heißt, dass die Fruchtbarkeit durch die Meereströmungen erhöht wird. Herzlichen Glückwunsch, Jure. Hau bloß ab, du mit deinen taiwanesischen Produkten. Es ist zu Nebenwirkungen gekommen. Lasset uns beten. Man muss noch heftiger zuschlagen. Nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Anstatt der Pillen verkaufe ich ihnen Vitamine. Einen Schwangerschaftstest, bitte. Kauft keine Kondome bei Petor, denn die sind für ein Aus. Oder nicht mal dafür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017